Und dann mein Zimmer ist so kalt, das ist so schrecklich. Nein, ach, das wäre die beste Zeit gewesen. Mhm. Wäre, ne? Hätte, hätte Fahrradkette. Absolut, genau. Oh, ich hole dich. Ah, let's go! Was sind denn für aggressive Tauben in Minecraft? Die Tauben sehen echt ein bisschen komisch aus, muss ich sagen. Space. Was ist dein Rekord? Was? Ja. Ist 664. Sir Spark, können wir vielleicht mal kurz sprechen? Ich habe nämlich die Vermutung, dass das alles irgendwie ein bisschen anders ist. Königlicher Treff, ihr dürft nicht lauschen, natürlich. Also alles, was ihr hört, das hört ihr eigentlich gar nicht. Kann das sein, dass wir eigentlich Frieden schließen sollten. Und dass die Brüder gar nicht verfeindet waren. Also ich habe die Story ehrlicherweise vergessen, so ein bisschen. Und wo Jo das jetzt gesagt hat. Durchaus möglich. Ich meine, wir sind Team Blau und Team Rot. Und dieser Gewitterblitz besiegelt jetzt unsere Freundschaft. Okay, und wie nennen wir uns dann? Wie wär's denn mit einem Mix zwischen beidem? Aus Blau und Rot mischen wir einfach Lila. Also sind wir Team Lila? Würde ich vorschlagen. Ist das so süß? Ey, Leute. Der arme Spark. Team Lila? Ja! Team Lila? Team Lila! Team Lila! Woo! Oh mein Gott! What the fuck ist das? Ähm... Wow! Okay, wer will das Buch vorlesen? Nun habt ihr vier Wochen lang gegeneinander gekämpft und seid zu der Einsicht gekommen, dass nun der Frieden wahre Macht, nur der Frieden wahre Macht in sich trägt. Nehmt den Rest eures Erbes an und legt eure Diamanten als Grundstein von dem wahren Gut an. Das war's. Super, das wäre wunderschön. Man kann an dieser Stelle, glaube ich, festhalten, dass Team Lila Gewinner von Diawars ist mit 180.331 Diamanten. Können wir daraus 200.000 machen durch das Elytra-Event? Wir können daraus sogar noch viel mehr machen durch das Elytra-Event. Reich bin ich! Vielleicht klacken wir mit dem letzten Event sogar noch mal die eine Million. Eigentlich, muss ich sagen, haben wir nicht schon vorher Team Lila gegründet, Klim? Und Team Gelb. Und Team Gelb auch schon. Der Frieden war immer da. Aber es ist im selben, Team Blut. Die Namensfarben ändern zu Lila, weil wir haben ja blau und roten Namen. Pass auf, das musst du so machen. Man stellt sich ineinander und dann wirkt der Name Lila. Wenn sich zwei Rot ineinander stellen, ist es trotzdem nicht wieder, Joe. Eineinhalb Stunden üben, ey. Okay, ich hab's leider geknackt. Also das Glowing endet in 2.5. Leider. Leider, es tut mir sehr leid. Ey, ich hätte es wirklich gegönnt. Ich hab wirklich ein bisschen gereingeführt. Wer ist Gewinner von dem Event? Ich hab auf dem zweiten 801. Debitur. Debitur mit 4.000. Das ist höchste Zeitzelt. Genau. Nein. Oh mein Gott. Danke fürs Übernehmen meiner... Oh Gott. Oh, Josef. Du musst jetzt gleich snipen, Maik. Wer fehlt noch? Ich fehlt, ne? Darf ich jetzt noch? Scheiße. Jake, um so eine Kacke zu bauen, sorry, Kev. Das ist eigentlich geil. Alter, Flocke, was ist denn heute los mit dir? Du bist nur am meckern. Elytra, renne richtig scheiße. Oriol, halt mal die Klappe, Mann. Du bist kaum online gewesen, ja? Team Lila. Ja, wir lieben uns alle. Let's go. Äh, ja. Danke. Joe, wie sie es nun treffen? Ja, es ist schön. Ich bin ja der Sniperkönig persönlich, ne? Ich hab einen Fall im Kopf. Das tut mir schon weh. Lass auf Cast gehen. Lass auf Cast. Jo. Okay. Achtung, nicht zu offensichtlich jetzt auf wichtiger. Okay, okay, okay. Ähm. Man bekommt noch keinen Schaden, ne? Oh, das ist ja bei uns. Man sieht einfach nicht, wo, wer er ist. Resaturation an. Okay. Resaturation. Okay, ich halte dich rein weiter, Debitor. Joel, so gut, du tot. Klimmlauf, ich bin da. So. Oh, oh. Habt ihr? Ich hab Cast. Full Nether right raus. Hier auf. Hör mal. Ja? Ich ess was. Dann gehen wir auf Friolen. Debitor, lass aufwürstiger. Dieses Hinterherhoppen. Ja! Du hast sie, Debitor. GG. GG. Hey, Gaby. Alle gegen alle. Ach so. Ist einer noch da. Okay, aufs Bade. Sorry. Ganz wichtig, auch nochmal, weil Cast vorhin das falsch verstanden hatte. Schade. Also einfach reinziehen war bei mir tatsächlich nicht das funktioniert. Das ändert und das ist da drüber. Das ist ganz oben drüber, genau. Das Lalala-Totem, mehr hab ich nicht. Okay. Das Base ist durch. Okay, wie viel ist das? 205. Sehr, sehr gut. Oh, nice. Was ist denn mit Carsten los? Das sieht aber gar nicht gut aus. Komm, hast du deine Rache. Oh, magisches Heu. Bitte beschütze mich. Ich find das gut, dass König immer komplette Kontrolle hat gerade. Er springt einfach weg. Was ist das? Ah, du. Ja, hä? Oder wir sparen uns das einfach und Zack ein Wichtiger hat gewonnen. Ich glaube, Heiko hat eine relativ gute Chance, ehrlich gesagt. Ey. Warum ist die? Hallo? Was ist das? Hallo? Nein. Das ist doch voll. Oh, mein Gott. Das war nicht ich. Was für ein... Ich sag's, wie es ist. Auf diese Seite kommt es ab. Fast. Wenn ihr lachen müsst, dann schreibt da mal L in Schnell. Und dass das klar ist. Okay, sobald ihr gelacht habt, schreibt L in den Chat. Jeder. Oh, je. PPL in den Chat. Wie wär's mit diesen? Oder PPL. Komm, PPL dürfte schreiben. Chuck Norris ist tot. Es geht ihm aber schon besser. Ach, komm, der war so schlecht. Entschuldigung, der war so schlecht. Ich kann nicht mehr. Ich verkrafte das alles nicht mehr. Jetzt wird rein abused. Oh. Das war eine Lüge. Ach, Mann. Hä? Hä? Nein, ist du hinter mir? Ja, Mann. Das war aber auch gerade lustig. Wer will's gewinnen? Space oder wichtiger? Puh, ich hab aber noch einen. Das ist eigentlich Pumi. Ach, da ist Pumi. Ciao, Pumi. Nein, Mike. Scheiße, das war eine Ablöckungsaktion. Wichtiger hat gewonnen. Drei, zwei, eins. Start. Hat mir zugemacht. Ah, gut, dass ihr euch geeinigt habt. Ja, sehr gut. Wichtig und richtig. Wichtiger und richtiger. Oh, jetzt ist das Schieße-Eventer anstatt. Ganz kleiner Tipp an der Stelle für Jo, du musst die Ziele treffen. Dankeschön. Das ändert einiges. Oh, im Boot. Ein richtiger, richtiger. Schön. Gute Kurve, gute Kurve. Ja, ja. Bisschen besser die Kurve nicht, bitte. Ja, ja. Stopp. Eins, drei und zwanzig. Ihr Lieben, damit würden wir Diawars offiziell beenden mit einem Riesenergebnis. Vielen, vielen Dank erstmal, dass ihr alle mitgemacht habt. In drei, zwei, drei, zwei, eins, los. Klappen, chat. Wow. Nein. Sehr gut. Sehr gut.